Hallo liebe Geschwister, liebe Freunde, hier kommt ein neuer Input von Life Unlimited. Ich heiße Julian. Ich möchte euch heute Gottes Wort vorlesen, was in Philippa 4, 4-8 steht. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herr gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Frieden, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebeswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Wir haben einen Grund, uns zu freuen, weil wir zu Jesus Christus gehören, weil wir mit ihm verbunden sind. Und dies ist der Tag, der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich darin sein, weil das Leben mehr ist.